Ich weiß ja nicht, ob ihr das Problem auch habt, aber irgendwie sammelt man doch über die Zeit immer so viele Bücher und anderen Kram an, dass man früher oder später ausmisten muss. Bei mir ist es soweit und deswegen gibt es jetzt für euch meinen ersten Unhaul. Ja, ihr kennt wahrscheinlich von meinem Kanal bis jetzt nur die Hauls, wenn ich neue Bücher gekauft habe. Jetzt gibt es halt den Unhaul Bücher, die ich aussortiere. Ich habe mir hier bestimmt, ich glaube, 30 Stück rausgesucht. Ich werde nicht alle vorstellen. Aber ein paar der Interessanten werde ich euch zeigen, die ich jetzt aussortieren werde. Und wie immer ist es so, dass man sich natürlich als erstes die Frage stellt, was mache ich eigentlich mit den ganzen Büchern jetzt? Bei mir ist das Problem, ich habe wirklich keine Ahnung gehabt. Also ein paar werde ich verschenken, die habe ich jetzt schon so beiseite gelegt. Davon werde ich euch auch zwei zeigen, aber ganz viele, die sind auch echt noch in einem guten Zustand. Und da dachte ich mir, hey, es ist total zu schade, die wegzuschmeißen. Ich kann aber auch nicht alle verschenken, weil so viele Leute kenne ich gar nicht. Und es ist mir auch viel zu anstrengend, die einzeln irgendwie bei Ebay oder sonst wo reinzustellen, um die zu verkaufen. Deswegen habe ich halt nach Alternativen geguckt und ich habe Momox gefunden. Ich werde euch heute dann zeigen, wie ich das alles handhabe und welche Bücher es sind, die ich zum Wiederverkauf reinstelle. Und ich glaube, ich fange am besten einfach mal direkt an, damit das Video nicht so 100 Jahre lang wird. Das erste Buch, was ich aussortiere, ist Flavia de Luce und zwar Mord im Gurkenbeet. Das ist der erste Teil der Reihe, um das etwas verschrobene kleine Mädchen, das Mordfälle löst. Ich habe die Buchreihe angefangen und war super Feuer und Flamme von der Idee einfach. Ich mag ja total skurrile Protagonisten. Ich mag es, wenn Kinder so ein bisschen altklug sind in Büchern, unheimlich gerne. Und Kriminalfälle zu lösen, fand ich auch super witzig für eine, ich glaube, Elfjährige oder wie alt auch immer die ist. Und deswegen haben mich die Bücher total angesprochen. Ich habe dann diesen ersten Band gelesen und muss sagen, ich war maßlos enttäuscht. Also es hat mir irgendwie persönlich gar nicht gefallen. Ich weiß nicht, ich kenne so viele Leute, die die Reihe total feiern, aber mein Stil war es einfach nicht. Ich glaube, ich habe mich mit dem Schreibstil nie anfreunden können und deswegen ist es dann bei mir doch leider durchgefallen. Das Buch wird jetzt also aussortiert. Relativ ähnlich ist es damit, dass ich ja doch als Vielleser immer noch in meinem eigenen Pattern, meinem Verhalten feststecke. Ich habe wirklich mal eine Genre, die ich immer lese und ganz selten kommt mal was aus einem anderen Genre da rein. Ich habe es hier einmal versucht mit Im Schatten der Königin einen historischen Roman zu lesen von Tanja Kinkel. Und ich muss sagen, Tanja Kinkel kann unheimlich gut recherchieren. Ihre historischen Romane sind wahnsinnig gut aufbereitet und sie sind auch wirklich spannend geschrieben. Ich habe Im Schatten der Königin gelesen. Ich habe es auch einigermaßen gerne gelesen. Vor allem, wenn ich das mal so sagen darf, für einen historischen Roman habe ich es gerne gelesen. Denn historische Romane, wie gesagt, eigentlich nicht so meins. Allerdings ist es auch kein Buch, wo ich sage, boah, das Buch ist mir irgendwie total viel wert. Es ist mir wichtig. Das möchte ich unbedingt in meinem Regal stehen haben. Deswegen habe ich jetzt einfach mal gesagt, ich sortiere es lieber aus. Das Ganze spielt übrigens zu Zeiten Elisabeth der Ersten. Das ist also in England angesiedelt. Am englischen Hof mit der Königin. Und gut, der Titel sagt auch schon einiges. Es gibt auch hier einen Mordfall und insgesamt kann ich das Buch empfehlen für alle die historischen Romane um die Zeit der Elisabeth der Ersten mögen und die Mordfälle gerne noch in ihren historischen Romanen mit drin haben möchten. Kommen wir zu einem Buch und Autor, was ich aussortiere, wo wahrscheinlich viele von euch mich innerlich steinigen werden. Und zwar Dan Brown Illuminati. Ich habe Dan Brown echt oft eine Chance gegeben, sowohl seinen Büchern als auch den Verfilmungen der Geschichten tatsächlich. Und ich bin nie damit warm geworden. Ich weiß nicht warum, aber dieses ganze Verschwörung und Illuminati und blech, nee, war nicht meins. Also das Buch habe ich, glaube ich, auch nie zu Ende gelesen. Ich habe immer nur so die ersten 100 Seiten mich durchgequält, ist wieder abgebrochen. Dann wieder von vorne angefangen und wieder abgebrochen. Und nee, ich glaube, dieses Buch und ich werden keine Freunde mehr. Ich glaube, Dan Brown und ich werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Und daher mache ich mal lieber mit dem Buch hier Platz für neue Bücher in meinem Regal und werde es aussortieren. So, und ihr habt es wahrscheinlich schon am Anfang in der Einblendung gesehen. Das ganze Video hier ist eine Kooperation. Deswegen werde ich euch auch nochmal zeigen, wie man Momox eigentlich richtig bedient. Die haben eine App, mit der es super schnell geht, seine Bücher einzuscannen und loszuwerden. Und genau das zeige ich euch jetzt mal im Detail. Wie gesagt, die App ist super einfach zu bedienen. Die könnt ihr euch kostenlos überall runterladen. Darauf klicken. Gibt erstmal eine Anleitung, die man hier durchschauen kann. Aber da ich euch das jetzt erklären werde, machen wir mal auf Anleitung beenden. Okay, es gibt hier tatsächlich auch schon wieder einen EM-Bonus, den ihr euch sichern könnt. Bis zu 10 Euro. Aber, das überspringen wir mal. Denn uns geht es ja erstmal darum, Sachen zu scannen. Ihr könnt sehen, ich habe hier oben einen Einkaufskorb, da habe ich schon ein paar Sachen eingescannt. Und wenn man die App öffnet, ist tatsächlich das Erste, was man sieht, hier eigentlich diesen Scanner. Das heißt, ihr könnt hier direkt mit einem Buch einscannen und es wird automatisch erkannt. Dafür sucht ihr einmal hinten im Buch ist das meistens. Oder auf der Rückseite diesen Barcode des Buches. Und dann könnt ihr einfach den Scanner da drüber legen. Schwupp. Hier. Und er hat das Buch automatisch erkannt, wie ihr sehen könnt. Man kann sich jetzt entscheiden, ob man das hinzufügt zum Warenkorb. Also ich würde für dieses Buch jetzt noch 15 Cent kriegen. Ich sage einfach mal hinzufügen. Und dann war es das auch schon. Also hier ist jetzt zum Beispiel mein Warenkorb. Da habe ich schon ein paar Sachen drin, wie gesagt. Könnt ihr hier sehen. Kann man immer durchgucken. Es gibt, das steht hier unten, einen Mindestwert von 10 Euro, den man erreichen muss. Also bei den 1000 Büchern, die ich hier habe. Und auch den DVDs und Computerspielen und was auch immer ich hier noch rumfliegen habe, ist das nicht schwer zu erreichen. Und wenn man das dann gemacht hat, wenn man fertig ist, kann man auch noch direkt sich hier ein Etikett ausdrucken lassen und sein Paket fertig machen und einfach verschicken. Es kostet also auch nichts, wenn ihr euer Paket verschickt und ist super einfach zu handhaben hier. Falls ihr ein Buch habt, was gar keinen Barcode hat hinten drauf, das ist gerade bei Hardcover manchmal der Fall, könnt ihr es natürlich auch einzeln hier per Hand eintippen. Ist ein bisschen umständlicher, als es einfach einzuscannen, aber geht auch. Ihr seht, das ist keine App, die jetzt ultra viele Funktionen hat. Es gibt halt noch Tutorial, Hilfe, man kann Kontakt aufnehmen zum Team, die üblichen Sachen wie Datenschutz natürlich, Impressum, AGB. Aber gerade das macht die App halt, finde ich, so praktisch, weil man möchte sich auch nicht ewig damit beschäftigen. Ich bin halt einfach ein fauler Mensch und sage auch, hey, ich möchte jetzt meine Bücher und meine DVDs loswerden. Ich habe keine Lust, mich da stundenlang mit irgendwas zu beschäftigen. Deswegen nehme ich eben die App, scanne die Sachen schnell ein und druck mir dann das Etikett aus, um das Ganze zu verschicken und fertig ist es. Ja, soviel also zu der App. Ich packe euch in die Infobox unten direkt auch mal den Link, damit ihr es downloaden könnt. Und weiter geht's mit noch mehr Büchern, die ich aussortiere. Wie gesagt, habe ich auch noch Bücher, die ich verschenken werde und zwei davon werde ich euch jetzt noch vorstellen, weil es einfach total interessante Geschichten zu diesen Büchern gibt, für mich persönlich. Das erste ist hier das Schweigen der Lämmer in der Ausgabe von der Bild-Zeitung. Und ich muss sagen, die Geschichte an sich habe ich gerne gelesen. Also Psychopathen-Geschichten mag ich ja eigentlich an sich immer ganz gerne. Ich hoffe, da draußen sitzt kein Hobby-Psychologe, der mir das jetzt irgendwie versucht zu analysieren. Aber egal. Und ich habe auf einem Trödelmarkt diese Ausgabe der Bild hier halt für einen Euro, glaube ich, gefunden und habe sie gelesen. Und dieses Buch hat mich total umgehauen. Einfach nicht, weil die Geschichte so gut war, sondern weil da so unfassbar viele Rechtschreibfehler drin sind. Und ich habe noch nie ein Buch gelesen, in dem so viele Rechtschreibfehler sind. Ohne Witz. Da sind teilweise Sätze, die sind mittendrin abgebrochen. Es geht einfach nicht weiter. Und ich denke mir, was ist denn hier passiert? Hat die Bild-Zeitung da einfach irgendwas gedruckt, ohne zu kontrollieren, was sie da drucken? Also das ist einfach nur so, vor allem wenn man an die Bild-Zeitung denkt, wo das Niveau ja eh nicht ganz so hoch ist. Und dann kriegt man so ein Buch mit so vielen Fehlern. Dann denke ich mir, ja, hätte man eigentlich so erwarten können. Und ich finde es einfach unfassbar witzig. Das heißt, dieses Buch werde ich auch nicht weiterverkaufen, weil das möchte ich keinem antun. Das verschenke ich an jemanden, der sagt, er möchte die Story unbedingt lesen. Ich kenne da jemanden und von daher ist es da hoffentlich in besseren Händen als bei mir. Dann noch ein Buch, was ich verschenken werde von Carlos Ruiz Staffan, Das Spiel des Engels. Ich muss sagen, ich habe von ihm Der Schatten des Windes gelesen. Ich habe das Buch, als ich es ganz frisch gelesen hatte, mega gefeiert. Ich habe gesagt, boah, so ein krasses Buch. Das war unglaublich gut geschrieben, unglaublich emotional geschrieben. Und ein paar Monate später wusste ich schon nicht mehr, worum es geht. Das ist bis heute so. Und irgendwie bin ich deswegen auch sehr zwiegespalten dem Autor gegenüber. Ich kann mich nie entscheiden, ob ich ihn gut finde oder nicht, weil irgendwie so richtig im Gedächtnis sind mir seine Geschichten nicht geblieben. Ich habe mir dann damals auf den Trödelmarkt das Spiel des Engels geholt, als ich es günstig gesehen habe und dachte, ich kann es ja noch mal ausprobieren. Aber letztendlich ist das Buch dann in meinem Regal total versauert und der Titel war mir jedes Mal, wenn ich dachte, komm, jetzt liest es mal, zu kitschig. Und es steht da wirklich schon seit Jahren. Das ist mir dann auch zu schade für ein Buch, an dem vielleicht andere noch Spaß haben. Deswegen verschenke ich es eben. Soviel zu ein paar meiner ausgemisteten Bücher. Ich werde wirklich in nächster Zeit noch viel, viel mehr ausmisten. Ich habe ja auch einen Riesenstapel DVDs, der noch weg muss. Und ich würde von euch einfach gerne einmal wissen, ob ihr auch ab und zu Bücher ausmistet oder ob ihr euch überhaupt nicht trennen könnt. Zeigt es mir hier oben in der Abstimmung mit einem einzigen Klick. Ansonsten möchte ich von euch hier in den Kommentaren wissen, welches Buch ihr euch als letztes gekauft habt und noch nicht geschafft habt zu lesen. Soviel zu meinem Unhaul. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut und les was Schönes. Ciao.